Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kann schon sein, aber kannst du das auch alles verdauen? Wieso kommen nie männliche Figuren in deinen Comics vor? Keine Ahnung, es macht mir Spaß Mädchen zu zeichnen. Wer ist schon im Internat, um alle Regeln zu befolgen? Willst du nicht zumindest einmal einen drauf machen? Was machst du denn hier? Wir sind abgehauen. Jetzt hat mich meine Mom überredet, dass ich ihre Loserfreundin treffe. Ich bin Gio, Gwens Mann. Ihretwegen fliegen wir hier noch raus. Hi. Was machst du denn hier? Ich wollte dich sehen. Ich dich auch. Ich hab eine Nachricht in dein Fach gelegt. Ich wusste, dass da irgendwas läuft zwischen dir und deinem Gio. Eine kleine Notlüge unter Freundinnen. Wir sind keine Freundinnen. Hier ist genug Platz für zwei. Ich freu mich, dich auf meiner Etage zu haben. Es ist nicht deine Schuld, sondern meine. Ich habe noch weniger Verständnis für Menschen, die lügen, als für Menschen, die Regeln brechen. Du hast uns das eingebrockt und du läufst das auch wieder aus. Wissest du mich etwa dir zu helfen? Gib her! Ich hab euch gesehen, wie ihr den halben Plattenladen mehr gekauft habt. Verarschst du mich? Ich dachte, Fernanda konnte nicht kommen, weil sie laden musste. Lass uns doch bitte reden. Da ist nichts, worüber ich noch reden will. Worte werden daran auch nichts ändern. Alles, was irgendeinen Wert hat, ist sowohl erschreckend als auch schön. Zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben etwas tut, von dem man weiß, dass es falsch ist. Aber man tut es trotzdem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017